Weißt du, da findest du die Finanzkrisen, gell, da kannst du auch nicht viel machen, gell, da ist jetzt hier ein bisschen, weißt du, die Finanzsektor hier, die Banken hier, da ist ja große Bankrotterklärung, weißt du, und da kann es ja auch nicht so sicher sein, da wissen die Politiker, die müssen auch nicht so genau so was machen gehen, gell, weißt, da kannst du nicht viel machen, weißt, das ist auch eine Finanzkrisen, das ist ja global, das ist ja eine globale Krise, gell, da selbst für die Experten, das ist nicht leicht zu wissen, was du jetzt genau machst, um da aus der Krisen rauszukommen, gell, da gibt es nicht so eine Art Patentrezept, dass du das weißt, hier, da kommt aus der Krisen raus, das kannst du nicht so leicht finden, gell, das kannst du gar nicht.